... darauf hinaus zu schalten. Schon besser. Ihr müsst eine Menge Lärm machen. Los, los, los! Wir sichern Kommando Pafton Esk. Auf die Arbeit. Darth Maul ist hier. Konzentriert euch. Wir haben Wanderbusten Crash gesichert. Kommando, drohen wir im Anmarsch! Wir haben Ärger! Los, los, los! Verdammter Kopfkirkeger! Wir müssen einen Weg freimachen! Ich würde lieber Gardula die Wutten küssen, als hier zu sein. Und wir müssen ein Rund, los! Wir müssen den Kaffee machen! Wie geht es denn mit der Kaffee? Wie geht es denn mit der Kaffee? Als würde man einen Gagnon Muskel sammeln! Ich würde noch mal aufrufen! Hilfe! Was ist denn hier denn raus? Ich bin bereit zum Aufkriegen! Ich versuch's noch mal! Nee, ich sag doch! So, noch mehr! So, noch mehr! Nach dieser Sache lass' ich nicht mal im Weg mit Augen sicher! Ab mit ihnen auf die Dumper! Na schön, ihr faulen Shacks! Wir wollen den General doch nicht aufhalten, oder? Reißt euch zusammen und rumpelt los, als hättet ihr ein Ziel vor Augen! Vorwärts! Es geht los! Aufpassen! Aufpassen! Zeit neutraliert! Wir müssen eine Menge Lärm machen! Achtung! Die Doiden haben einen neuen Angriffskurs! Es geht los! Das Gebiet ist so gut wie gesichert! Weiter so! Der Schuss muss ein Treffer sein! Moment! Ist das alles? Mir hat keiner gesagt, dass es so einfach wird! Warum denkt jeder er könne es mit einem Szenen? Moment! Behebt euch in Acht! Schreit! Der Kanzler wird zufrieden sein. Der Kanzler wird zufrieden sein. Schreit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche hier einen ab! Bleibt immer wachsam! Zeigen wir Ihnen, wie das geht! Passt auf, wo Ihr hinkriegt! Ich brauche hier, wie das geht! Ihr befindet euch in einer heiklen Situation. General, wir dürfen uns so nicht mehr fassen. Hat die Arbeit! Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissenheit! Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit! Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Angriff. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden! Als würde man in einem See von Giffenmilben baden! Es geht los! Dafür wurde ich ausgebildet. Oh, das glaube ich nicht! Kontakt! Hier geht noch irgendetwas anderes vor. Das wäre eine gute Übung für einige der Terrasse gewesen. Es geht los! Ach! Jetzt würden wir auch wieder holen! Es geht los! Es geht los! Da gab es den Karten! Wissen! Und es ist der Karten! Es geht los! Ihr werdet doch nicht wieder da viel laufen, oder? Ziemlich selbstbewusst, was? Das sind Troiden!